Ich grüße euch Wanderer. Macht euch bereit für interessante Neuigkeiten in Diablo 4, denn Blizzard veranstaltet vom 20. November ab 19 Uhr bis zum 27. November 20 Uhr ein dickes Event, wo wir 35% mehr Erfahrung und Gold bekommen und das Ganze ist natürlich multiplikativ. Somit bekommen wir den Segen von Lilith, damit wir am 5. Dezember in Sears Schlachthaus vorbereitet sind und natürlich eintreten können. Nutzt die Chance, um eure tapferen Charaktere und den restlichen Bettenpass hochzuleveln, bevor das dicke Event Anfang Dezember natürlich losgeht. Versammelt euch daher alle am Lagerfeuer und erzählt mir in den Kommentaren, ob ihr teilnehmen werdet und was aktuell euer Level ist. Und vor allem, was ist jetzt momentan eure Lieblingsklasse in der zweiten Season von Diablo 4? Da bin ich mal gespannt. Und wenn du eventuell Interesse an weiteren Videos, Builds, News und Guides hast, dann schau dir doch mal direkt meinen YouTube-Kanal an und lass doch gerne einen Follow da und vergewissere dich, dass du dabei natürlich die Glocke aktiviert hast, damit du direkt eine Benachrichtigung bekommst, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Freie TV ist raus. Ciao, ciao.